darein die rechnung die Die Stadion ist 32 Kilometer lang und höchste Stadion 30 Kilometer. Die Stadion sind zirut und sehr flach. In der Hitze befinden sich die Insel, die heißen Smütingsweide, Langisweide und Teufelsweide. Auf dem Teufelsfall befindet sich die Erwägung von Art und Blick von einer zweiten Zeit. Wir haben eine halbe Stunde, wo man es hier hat, also 1,5 bis 2 Meter. Wir haben schon in der Sitzung. Die Unglücklichkeit ist aber so schlussuell genannt. Der Wind kommt in der Almasische Sitzung hier hinzu. Es kommt zum Beispiel vollster Wind, der dickeste Eisnüchter war hier bis 80 Zentimeter. Gleich drehen wir um, fahren wir schon weiter nach Nikolaikense und weiter nach Nikolaikense. Vielen Dank.